Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Die sind ja fast alle nur Astronauten hier Wir reden mal mit der Alles Level 1, ok Oh, 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 Moment erst mal Pip raushauen Das schießt in die Höhe, nice Ah, ok, ok, ok Über Partys reden Zeig mal her Oh, das mag die auch Das ist schön Schaffen wir die 100? Ne, bei 95 hört's auf Oh, yeah Das gefällt dir gar nicht Ja Wie soll ich das hier in 4-5 Minuten schaffen Für an 5-Handy-Normen zu kommen Ah, bla, 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 bla Was? Hä? Red mal noch mal über Leute. Blablabla. Ja, ach komm. Hier, zurück nach Hause. Das ist eine 5-Handynummer, wie willst du das hinkriegen? Das kriegt man aber auch nie hin. Oh, da haben wir das grünische Marant voll gleich mit dem Schlag. Ähm... Ja, shit. Ich nehme erstmal das hier. Nein, wir nehmen das da. Ähm... Das? Was? Ähm... Shit. Ich muss einen Minuspunkt machen. Nicht gut, aber ich muss es nehmen. Ähm... Ich nehme jetzt noch das da einmal. Gut. Und... Ähm... Das... 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 Und das... 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 Ich nehme mir einen Schaufen. Das... Und dann erst mal ein Sandwich-Snacken. Das... 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 Ich nehme mi... Das zu... 370, zeig mal her. Zack, fressen. Alles klar. Da muss man mal ne Runde ohrbeten. Oh, ein Ründchen ohrbeten. Womit will der schon wieder? Hast du keinen eigenen PC oder keine eigene Kochstube? Ist das denn falsch bei dem? Ich versteh das nicht. Ähm... Event? Hä, hab ich das jetzt so verpasst? Nur, weil ich meine Scheiße moderiert hab? Ach nee, Superparty, hier. Naja, komm, scheiß drauf. Solange gehen wir arbeiten, haben wir ein bisschen Money. Ich hab kurz mein Kameo ausgemogen. Hm, das bin ich. Ähm, arbeiten. Hier nochmal 55. Wollen wir uns noch die restlichen PC-Teile holen. Ich hab's gedacht, ich könnte das überspringen. Ups. Ich hab's gedacht, ich könnte das überspringen. Hühnchen. Boah, jetzt so'n schönen Bräuler. Boah, das wär' geil. Boah, das wär' geil. Geil. Wer jetzt Hunger bekommt... Ab da Pech. Sorry. Aber ich bin einst frecher Dude. Ja gut. Das Logo. Okay, ich darf kein Dunkes nehmen. Ähm. Ja, das ist doch der. Äh. Neue Mordland. Neue Mordland. Neue Mordland. Neue Mordland. Ähm. Das da? Ähm. Das da? Das. 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 Das, 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 das. Okay. Snack mal zwei Sandwiches und dann gehst du mal nochmal mit Pen. Hallo Eyck, ich bin ein großer Fan von dir und wollte dir gerne sagen, wie toll du bist, ich liebe deine Videos. Das ist großartig. Aha, noch mal ob ich jetzt irgendwas Minus bekomme. Was soll das? Aaaaaah, Basis. So, pausier mal bitte den Kurs. Okay. Möchtest du als Kino gehen? Arbeiten. Gibt es irgendwo gut Geld? Ja. Ja. Arbeiten. Ja. Ja. Kann ich jetzt, tatsächlich kann da noch was machen. Und das war's dann. Ja. So. und dann setzt man den Kurs erstmal fort. Weil gefühlt bin ich ja hier, weil ich meine Rezepte nicht verwenden kann, der Koch für, der Ersatzkoch für die anderen YouTuber. Da gab es Money, Money, Money. Nice. Wir haben neue Kärtchen, aber kaum Münzen, um uns was zu gönnen. Ähm, aufrüsten könnte man auch. Ich hab mir doch erst eine neue gekurvt gehabt. Gibt's doch schon ein neues Gehäuse. Was hab ich noch? Hab ich hier, ich müsste jetzt eigentlich überall alles neu haben. Außer Gehäuse, genau. Wollen wir mal arbeiten gehen hier? Neue Tastatur. Mit Mike. Kopfhörer. Und die neue Feske. Das war's. Ähm. Warbaten. Wollen wir uns das Gehäuse holen können? Mh. Sandwich, Sandwich, Sandwich. Schlafen. Dann guck mal, ich glaube, das müsste schon reichen, oder? Wir gehen erst einmal nochmal arbeiten. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Ich hoffe, das reicht jetzt. Alter, hier ist schon wie verarschen? Was? Kommt der ununterbrochene noch ein neues Zeug raus? Ja. Wow. Ich kann nur noch damit arbeiten. Das nervt einfach bloß noch. Das nervt nur noch, wenn ich meine eigenen Rezepte nicht verwenden kann. Das nervt, nervt, nervt. So. Ähm, grün und orange. Also das da. Hell und dunkel. Aber nett. Deswegen machen wir das da. Ähm, hell und lila. Machen wir das da. Wow. Wir nehmen das da. Ungenehm das da. Okay. Ah... Mmh. Uhhh Kein Interesse mehr. Du stellst fest, dass der Ton in deinem zuletzt so kleinen Video an einer Stelle schlecht ist. Es fällt nicht sehr auf und es wird ziemlich viel kosten, das zu geben. Was tust du? Das passt schon. Hab kein Money. Oh, hat denn der jetzt schon wieder Hunger? Was sind die eigentlich? Oh, jetzt geht die weg, ernsthaft. Oh Mann. So, wie es aber weitergeht, erfahren wir im nächsten Video. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst gern einen Daumen nach oben da. Okay, Outro zurück. Wir müssen zum Event gehen. Das macht man noch, würde ich sagen. Ha, dann wird die Folge etwas länger. Zeig mal her, was kann man bei dir machen. Ach komm, vergieße es. Fünf Handy nochmal an. Willst du mich? Äh, nein, nein, nein. Abbrechen, abbrechen. Scheiße, ich wollte noch einen Pip los schicken. Egal. Machen wir jetzt. Äh, so. Aber jetzt, wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Da sind Kommentare da. Der Daumen nach oben. Das ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt. Genießt den Tag. Und bye, bye. Ciao, ciao, ciao.